Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ihr wundert euch bestimmt warum die letzten Tage so wenig Videos kamen und das liegt einfach daran, dass ich aktuell nicht so viel Zeit habe und deswegen werden auch die nächsten zwei Wochen nicht ganz so viele Videos rauskommen bzw. schon wenig und auch nicht regelmäßig. Also ich werde es probieren einigermaßen nach Uploadplan hochzuladen, allerdings kann es sein, dass in diesen paar Tagen erstmal gar keine Videos kommen, weil es einfach wieder zum Aufnehmen kommen muss, um dann wieder was rauszuhauen. Ist jetzt halt leider so, kann ich nicht ändern, ich habe aktuell echt wenig Zeit und dann direkt das nächste am 19. Dezember bis zum 1. Januar würde ich dann hier auch auf YouTube mal eine kleine Pause einlegen und dann ab Januar geht es dann wieder schönen Uploadplan weiter. Und wenn auch hoffentlich dann immer alle Folgen rauskommen, einfach nur, dass du entscheidest, jetzt in den nächsten zwei Wochen weniger Videos und vom 19. Dezember bis zum 1. Januar kommen gar keine Videos raus. Allerdings ist in der Zeit ja Weihnachten und Silvester und so ein Scheiß. Und zu Silvester wird es ein, oder um Silvester irgendwie in der Zeit, wird es wieder ein Jahresrückblick-Video geben. Das werde ich dann da auf jeden Fall raushauen. Will ich eigentlich für jedes Jahr so beibehalten. Und was ich auch noch gerne raushauen würde, wäre an Weihnachten ein kleines Weihnachtsspecial. Und eigentlich wollte ich bis jetzt schon so alles vorbereitet haben, aber ich habe bisher noch nicht mal irgendwas vorbereitet, also ich bin auch komplett bei Null. Deswegen hoffe ich es, dass ich es zeitlich schaffe, dieses Special fertigzustellen. Falls nicht, entschuldigt das bitte. Ist dann so, weil ich sag mal so, nächstes Jahr wird es kein Jahresrückblick-Video geben und auch kein Weihnachtsspecial. Warum, wieso, weshalb, sage ich euch dann im Jahresrückblick-Video. Ja, da wird es noch einige Infos geben, wie es mit dem Kanal hier weitergehen wird. Zumindest für 2017. Und jetzt erstmal die wichtigen Sachen auf jeden Fall. Nächsten zwei Wochen weniger Videos und 19. bis 1. gar keine. Bis auf Weihnachtsspecial und Jahresrückblick-Video. Gut, mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Das war es schon. Würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zu einer anderen Folge. Bis zum nächsten Mal.